Hallo zusammen, ich bin Julia Gomes, ich mache der Lehre als Konstrukteurin bei Gilgadour Systems. Ich bin im vierten Lehrjahr und möchte mich gerne mitnehmen in meinen Berufsalltag. Wir Konstrukteuren machen Zeichnungen und Pläne, für dass sie ihre Werkstatt die auf einen Millimeter genau herstellen können. In meinem ersten Schritt wird ein Prototyp hergestellt, der von uns geprüft wird, bevor er uns reingeht. Ich habe mich für einen Beruf Konstrukteur entschieden, wo ich etwas Technisches machen wollte, aber auch am Computer arbeiten wollte. Ich habe eine Mischung zwischen beiden gesucht und das habe ich im Beruf Konstrukteur gefunden. Das Highlight in meiner Lehre war, dass ich ein Praktikum in der Werkstatt machen durfte und natürlich auf Montage helfen konnte. Das Coole war, dass wir eine ganze Türe von 0 A aufgebaut haben und die dann auch gelaufen ist. Ich bin Mike, Mitstift von Julia und wir sehen hier gerade, wie ich am CAD an die Zeichnung erstelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr über einen Beruf Konstrukteur gesehen und wir würden uns sicher freuen, wenn ihr danach bewerben oder schnappern könnt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.